Ich muss mal Knie... Oh, boah, fast umgefallen. Alter, oah. Fast umgefallen, alles klar. Scheiße, schon 20 vor 3. Ich muss in 2 Stunden... wieder in die Arbeit. Das heißt... Essen auch noch. Oh nein. Oh nein. So eine fucking Scheiße. Ich brauche mehr Zeit. Aber ich habe ebenso mehr Zeit. Autobahnpolizei, alles klar. Da sind die also. Hier so ein weißer Skoda. Ohne Felgen. Ohne Felgenabdeckungen. Nein, Alter. Fahrt doch, ey. Oh nein. Ich vergammel hier noch. Ich verschimmel von innen heraus, Alter. Oh nein. Oh mein Gott, wie peinlich. Ja, das ist cool. Ja. Ja, fahr. Oh nein. Digga, fahr, Mann. Fahr, Mann. Loll. Was macht denn der, Alter? Digga. Digga, der Typ fährt einfach... Was? Der fährt einfach... Hä? Was? Was? Wie kann das sein? Wie kann man bei der Autobahnauffahrt abfahren, Digga? Der ist wohl die ganze Zeit falsch gefahren. Alter... Waaaaaaaaaaaaaaaat? Okay, es geht wieder. Sorry, aber... So was... Stell dir vor, du gibst da mit dem Motorrad um die Ecke rum, Gas. In der Kurve. Und da kommt einfach einer bei der Autobahnauffahrt entgegen, Alter. Dich zerlegt's. Dich zerlegt's, Mann. Keine Chance. Was für Idioten, Alter. Das kann nicht sein, Mann. Ey, ihr müsst so aufpassen, Mann. Selbst wenn ihr gerade nur eine Fahrbahn habt. Geradeaus. Nur eine Fahrbahn, Mann. Selbst da kommen sie dir die Wichser entgegen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Alter, man muss so aufpassen, ey. Ja! Hi! Oh nein, der hat nicht gegrüßt, aber... Kein Problem, war andere Fahrbahnspur. Ey. Ey. Ich schwör dann. Ich schwör... Ich schwör, Mann. Ich schwör, Mann. Zick, zack. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab... Ich hab... Ich hab mit dem Helm gespuckt. Einfach richtig, Alter. Oh Mann. So ekelhaft. Ist das räudig. Ist das räudige Scheiße. Oder räudige Spucke, Alter. Ja. Man hört dieses leise Brummen des V2-Zylinders. Und wenn man ein bisschen am Gas dreht, dann... Dann eskaliert der einfach komplett. Oh, ich hab keine Stimme mehr. Heute Abend bei den Gästen klinge ich mir einfach so einen Zettel, was möchten sie trinken, auf die Stirn. Das muss genügen. Ey, das ist der Spiegel, Alter. Ich... Egal. Was? Verschmutzt die Fahrbahn? Ja, dann putz die Scheiße, Mann. Mich zerlegt's, Alter. Alter, musst du aufpassen, ey. Die einen fahren bei der Autobahnauffahrt runter. Die anderen verschmutzen die Fahrbahn. Ja, was denn noch, Alter. Als nächstes trifft mich noch der Blitz. Ja, bitte noch mehr auf meine Spur. Ich will das Video nicht negativ beenden, deswegen bleibt positiv mit HIV. Okay, nein. Nein. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wenn es gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben. Und ähm... Abonnieren nicht vergessen. Freunden empfehlen nicht vergessen. Und äh... Immer awesome bleiben. Immer... A-W-S-U-M-E.